Hallo aus der Gegenwart! Es gibt ein kleines Sondervideo zur Feier des Tages. Wir haben nämlich gerade unseren dreitausendsten Kilometer vollendet, befinden uns hier gerade. Ihr glaubt vielleicht, ich würde noch irgendwo in Holland rumtingeln, aber YouTube hängt ein bisschen hinterher. Wir befinden uns hier gerade in Spessart. Der kleine schwarze Hund trinkt gerade ein bisschen leckeres, bestes Spessart-Wasser. Jetzt gerade ist da Spessart-Wiese. Na gut, darum soll es aber gar nicht gehen. Wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe, angeteasert habe, 3000 Kilometer Fahrradtour. Eigentlich wisst ihr ja, es waren 2700 geplant und das eigentlich bis Bremen und der Spessart ist gar nicht in Bremen oder Bremen ist nicht im Spessart, andersrum. Ja, mittlerweile hat sich hier einiges verändert. Einiges hat sich verändert. Da ist ein komplett neuer, eigengebauter Anhänger. Nicht von mir, von wem. Erfahrt ihr alles auf diesem Kanal. Auch das Fahrrad ist neu und irgendwie hängt da auch eine Palma an meinem Lenker, weil man braucht halt auch eine Palma. Ja, also ich kann euch auf jeden Fall mal sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens und wahrscheinlich auch das Beste, nein, nicht wahrscheinlich, es war das Beste oder ist das Beste, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Und ich habe schon vielen kranken, geilen Scheiß gemacht. Diese Entscheidung, so eine Radtour zu machen, bestens, wirklich. Es war ab dem ersten Kilometer in Bremen geil und es wurde immer einfach nur noch geiler. Erstens, draußen sein, mega. Das Wetter, mega. Und hunderte mega coole menschliche Begegnungen, die ich hatte. Natürlich gab es auch Höhen und Tiefen. Das eine oder andere Problem, weil es, ich sage mal so, es hat einen Grund, dass hier ein neuer Anhänger steht. Und es hat auch einen ziemlich guten Grund, warum mir dieses wunderschöne Bike heute steht. Das erzähle ich euch aber nicht. Ich will nicht zu viel spoilern, denn wenn ihr das erfahren wollt, müsst ihr auf Abonnieren drücken. Ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr auch wirklich benachrichtigt wird, wenn es hier eine neue Nachricht gibt. Videos sollten relativ regelmäßig kommen, wöchentlich. Vielleicht kommen wir jetzt auch mal in Turnus, dass wir mehr Videos pro Woche raushauen können, damit das nicht ganz so weit hinterher hängt. Ja, ich würde euch am liebsten die ganze Geschichte erzählen, aber habt Geduld. Sie kommt jetzt Schritt für Schritt, Folge für Folge. Es ist der Wahnsinn, es bleibt der Wahnsinn. Wirklich einfach nur der Wahnsinn. Ja, das mal so als kleines Teaser-Video. Also, Glocke, warte, ich zeige euch, wie das geht mit der Glocke und wie das dann auch klingt. Nicht, dass ihr das vergesst. Also, das hier ist die Glocke, die müsst ihr drücken. Ja, eigentlich ganz einfach. So, Abo-Button, das ist dieser rote Button da unten, da, ja, drückt ihr drauf. Ja, ist gut. Und ihr könnt auch all euren Freunden erzählen, alter, dieser verrückte Typ da, Mann, der ist 3000 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs. Was ist mit dem, das müssen wir uns angucken. Ihr müsst es euch angucken. Ihr wollt das sehen. In diesem Sinne, bis bald. Zurück in der Vergangenheit zu Ich bin verwirrt. Ciao.